Er ist für uns gestorben, nicht für die. Kreis dem Herrn, und das ist wunderbar. Wir sind die Erlösten des Herrn. Wir sind die, die er erkauft hat mit seinem Blut. Kreis sei dir, Jesus. Danke, Herr. Amen. Ihr könnt euch setzen. Halleluja. Amen. Mein Thema heute Nachmittag, oder heute Abend, im Sommer, wenn es lang hell ist, ist es immer Nachmittag. Man geht nicht Nachmittag schlafen, sondern wenn es dunkel ist. Okay, wir wollen aber jetzt nicht gerade reden von einer schlafenden Gemeinde. Aber da haben wir ein paar Verse, die haben doch geschlafen. Kreis Gott, Offenbarung 3, Vers 14 bis 16. Johannes, Offenbarung 3, Vers 14 bis 16. Johannes sieht sieben Leuchter, und er sieht den Herrn inmitten von diesen Leuchtern einhergehen. Und die sieben Leuchter sind die sieben Engel der Gemeinden, sieben Gemeinden. Und jede Gemeinde bekam eine Botschaft vom Herrn. Und eine davon, das war die Gemeinde Laodicea. Warum kannst du das nicht aussprechen? Ich kann es auch kommen. Und das war eine Gemeinde, das war keine Dreieinigkeitsgemeinde, auch keine evangelische, Baptisten oder was. Das war eine apostolische Gemeinde. Und die waren alle getauft in Jesu Namen, hatten einmal den Heiligen Geist empfangen, aber irgendwie haben sie was verschlafen. Weißt du, wenn die Zeit vergeht und wir benutzen die Zeit nicht für Gott, dann fangen wir auch an zu schlafen. Da müssen wir aufpassen, preis Gott. Und im Engel der Gemeinde zu Laodiceas schreibe, das sagt der armen Heiß, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Anfang der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wärst. Weil du aber lau bist und weder kalt noch heiß, so werde ich dich ausspeien aus meinem Munde. Was für eine Botschaft. Was glaubst du, wenn das niemanden zum Beten bringt, auf die Knie bringt, dann weiß ich nicht, was er bringt, preis dem Herrn. Ich meine, ich will meinen Kaffee nicht kalt, ich will mein Essen nicht kalt, ich will es halt nicht lau warm und das gibt es auch, preis Gott. Ich will, wenn es eine heiße Mahlzeit sein soll, dann will ich es auch heiß. Ich will keine kalte Suppe essen, es sei denn, dass es eine Kaltschale ist, das ist was anderes, die muss kalt sein. Preis Gott. So, wir sehen hier, die haben die Botschaft gekriegt von Johannes und der hat sie vom Herrn bekommen und so ist es auch. Du hast den Herrn, der gibt es weiter an seinen Engel, an seinen Bote, den er geschickt hat, der gibt es weiter an die Gemeinde. Preis Gott. Amen. Und so Feuer, brennend für Gott, das ist unser Thema heute Abend. Wir müssen brennen für den Herrn. Ich meine, er hat uns angezündet am Tag der Pfingsten, als du deinen Pfingsten hattest, als du erfüllt worden bist mit dem Heiligen Geist, getauft worden bist in Jesu Name. Preis Gott, da hat es gebrannt. Amen. Du bist nicht mehr nach Hause wie vorher. Das war ein neuer Tag. Preis Gott. Halleluja. Hast du mal neues Geld in der Hand gehabt? So ein schönes Gefühl. Preis Gott. Was neu. Preis Gott. Und das ist schön, dass der Herr alles neu macht in unserem Leben. Und das Alte ist vergangen. Preis Gott. Da nehmen wir nichts mehr mit vom alten Leben. Preis Gott. Es ist ein neues Leben, das uns der Herr geschenkt hat. Es ist Leben überhaupt. Vorher, das war kein Leben, das war eine Existenz. Ja, aber jetzt leben wir. Wir sind lebendig geworden. Und so, der Herr verlangt von uns, dass wir brennend sind, dass wir voll sind mit dem Geist Gottes. Amen. Und da ist jeder Einzelne für sich selber verantwortlich. Der kann nicht die Finger zeigen und sagen, du bist schuld, du bist schuld. Nein, wir müssen selber beten, den Herrn suchen und brennend sein. Preis dem Herrn. Du willst ja auch keinen Ofen anmachen und merkst auf einmal, da ist ja gar kein Gas da. Da ist ja gar kein Strom da. Ein kalter Ofen, das Schlimmste, was es gibt. Preis Gott. Willst du Kaffee kochen? Das Ding geht nicht, weil kein Strom da ist. Nichts heiß. Kannst du kalter Kaffee machen, holst du Vanilleeis aus dem Tiefkühler und machst das zusammen mit dem Kaffee und dann hast du noch Eiskaffee. Ja, aber das da ist viel wichtiger hier, weil wir müssen feurig sein für den Herrn. Bin ich feurig für den Herrn? Ja, preis Gott. Es war der Geist Gottes, der sie rausgetrieben hat auf die Straße. Es war der Geist Gottes, der am Anfang ihren Mund geöffnet hat, wo sie Zeugnis gegeben haben, überall, wohin sie gegangen sind. Weißt du, warum die am nächsten Tag 5.000 hatten, mehr hatten? Preis Gott. Menschen, wo der Herr dazugetan hat, weil jemand davon erzählt hat, von denen. Amen. Und so Feuer ist ein Symbol dagegen, Gegenwart und der Kraft Gottes. Das ist das Tolle. Und die Bibel ist voll mit Beispielen, die uns diese Tatsache lehren. Im 2. Mose 3. Kapitel, ich gehe noch nicht hin, kannst du aufschreiben, wenn du willst. 2. Mose 3, 1 bis 6. Siehst du, wo der Herr dem Mose erschienen ist, im brennenden Busch. Der Busch hat gebrannt, er ist doch nicht verzehrt worden. Die Gemeinde ist ein Typ von diesem Busch. Der brennt. Gott redet durch den brennenden Busch. Amen. Halleluja. Und so ist es auch. Die Menschen hören von Gott, wenn sie vor dem brennenden Busch stehen. Und so, der wird nicht verzehrt, sondern, Halleluja, der hat mit göttlichem Feuer gebrannt. Amen. Und das ist das Feuer, das Gott angezündet hat oder in unser Leben hineingebracht hat. Amen. Nachdem Mose den Berg Sinai bestiegen hatte, bedeckte die Herrlichkeit des Herrn den Berg. Und das Anziehen der Herrlichkeit des Herrn war wie ein verzehrendes Feuer auf der Spitze des Berges vor den Kindern Israels. Wie ein verzehrendes Feuer. Hast du vielleicht schon einen Blitz gesehen, aber das ist nichts im Vergleich zum Herrn. Amen. Der Berg da oben, der hat gebrannt, gebrannt, kannst du sagen. Da waren Blitze, Blitze, Blitze. Aber nicht allein das. Es war kein natürliches Ereignis. Es war ein übernatürliches Ereignis. Preis dem Herrn. Und so, wenn ich das sagen kann, diese Blitze und diese Gegenwart Gottes haben die gespürt. Es war wie Strom. Oder es war göttlicher Strom. Preis Gott. Amen. Das war nichts Natürliches. Das war übernatürlich. Das war die Kraft Gottes. Wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann ist es nicht natürlich. Dann ist es übernatürlich. Und es ist die Kraft Gottes. Und so, Gott hat die Kinder Israels bei der Reise auf dem Weg nach Kanaan begleitet. Am Tag mit einer Wolkensäule. Und ich glaube, dass die Wolkensäule so war, dass der Herr ihnen Schatten gegeben hat, in der Wüste zu wandern. Weißt du, wenn du in der Wüste bist, geh mal nach Oklahoma. Preis dem Herrn. Aber die haben Schatten gehabt am Tag, weil der Herr ihnen Kühle gegeben hat. Die Klimaanlage hat schon gebraucht. Der Herr war da. Wir müssen so viel beten, dass... Hallo. Habt ihr gehört dahin? Klimaanlage. Wir müssen so viel beten, dass der Herr uns kühlt hier drin. Und doch müssen wir brennen. Versteht das mal. Okay. Amen. Gott hat die Kinder geleitet, von diesem Berg an, auf dem Weg nach Kanaan, durch die Wolkensäule am Tag und die Feuersäule in der Nacht. Die ganze Nacht bei ihnen geblieben. Morgens, als sie aufgewacht sind, war die Wolke auf einmal da. Preis Gott, hat sich alles verwandelt. Der Herr ist bei uns Tag und Nacht. Und das ist das Schöne. Wenn du umends ins Bett gehst, ist die Gegenwart Gottes da, dich zu beschützen. Wenn du morgens aufwachst und auf die Arbeit gehst, preis Gott, der Herr ist da, gib dir Schatten. Denk nicht an die Arbeit, bis du dort bist. Und ja, und vorher erfreue dich am Herrn. Das ist wunderbar. Amen. Und dann, als die Abgefallenen in Israel, im Nordreich, von dem Baal gedient haben, Amen, haben die versucht, auch noch dem Herrn zu dienen. Die haben dem Herrn geopfert, die haben Baal geopfert, die haben alle möglichen Götzen gehabt, denen geopfert. Und da kam Elia, der hat sie herausgefordert, hat einen Altar gebaut und hat gesagt, der Gott, der mit Feuer antwortet, das soll euer Gott sein. Das soll der Gott sein. Und so ist es. Die Botschaft, die dir den Heiligen Geist bringt, die dich tauft in Jesu Name, Halleluja. Das ist die Botschaft, die von Gott kommt. Amen. Das muss unsere Botschaft sein. Und das Volk hat gesagt, ja, das ist in Ordnung zu Elia. Amen. Und der hat gebetet und Feuer ist gefallen vom Himmel. Das hat es vorher noch nie gegeben, auf diese Art und Weise. Ich meine, in der Wüste, wo die Stiftshütte war, der Herr hat das Feuer angezündet. Und dann auch beim Tempel, als der fertig war und Salomon hat den Tempel eingeweiht, der hat nur Holz draufgelegt und Opfer, preist Gott. Und da ist Feuer vom Himmel und hat den Altar angezündet, preist dem Herrn. Und der Altar ist ein Zeichen vom Kreuz, ein Zeichen von Golgatha, wo er für uns sein Leben gelassen hat, preist dem Herrn. So, Johannes der Täufer hat gesagt über Jesus, der hier, der wird euch taufen mit dem Heiligen Geist und Feuer. So, der Heilige Geist und Feuer ist das ein und selbe, preist Gott. Man kann nicht brennend sein ohne Heiliger Geist. Das geht es ja gar nicht. Amen. Welcher auf euch kommen wird, der Heilige Geist. Das war damals noch eine Prophetie, das war noch eine Weissagung, was geschehen würde. Und das ist das Wunderbare, preist Gott. Und wir haben es in der Schrift und wir verstehen es, wir begreifen es und die haben es damals nicht begriffen. Die haben es nicht kapiert. Ja, der wird mit Feuer taufen. Was heißt das alles hier? Preist Gott. Wenn wir getauft werden mit dem Heiligen Geist, dann werden wir erfüllt mit der Gegenwart Jesu, preist Gott. Er hat gesagt, sieh, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Preist Gott. Und durch den Heiligen Geist ist er bei uns. Und nicht nur, dass er jetzt bei uns ist, er hat auch noch gesagt, ich werde in euch sein. Ich werde euch nicht zuweisen, ich werde euch nicht als Weise lassen, preist Gott. Amen. Sondern ich komme zu euch, sagt er. So ist es der Wille Gottes, dass dieses herrliche, göttliche Feuer in uns brennt, preist Gott, in unserem Leben brennt. Halleluja. Und wir müssen auch dafür sorgen, dass das Feuer nicht erlöscht. Amen. Wir müssen brennend sein für den Herrn. So, wenn wir brennend für Jesus sind, dann werden wir Jesus mehr lieben als alles andere in dieser Welt. Sogar als uns selber. Amen. Und deshalb sagt er auch, wer sein Leben verliert, um meinetwillen, der wird es finden. Preist Gott. Und du kannst es nicht einfach so finden. Der Herr muss es dir zeigen. Und dann kannst du es finden. Und ich danke dem Herrn, dass er es uns gezeigt hat. Dir und mir. Sonst wären wir hier nicht versammelt. Preist Gott. Amen. Er ist unser Leben. Wir haben es ja auch gesungen. Und er muss das Zentrum sein. Amen. Herr, dein Wille geschehe. Herr, ich suche einen Arbeitsplatz. Hilf du mir, dass ich genau den kriege, den du willst, den ich haben soll. Preist Gott. Ich will einen Beruf lernen. Herr, ich würde gerne das machen und jenes machen. Herr, lass dein Wille geschehen, dass ich genau dort auf dem Platz bin, wo du mich haben willst. So muss es sein. Und dann geht auch alles in Ordnung. Preist Gott. Ich vergesse nie, wie ich meinen Arbeitsplatz hier in Mannheim, als ich hierher kam, nach Mannheim gefunden habe. Das war ein Wunder. Ja, das war ein Wunder. Ich wollte ja nicht kochen. Weißt du, als Koch musst du abends arbeiten, dann musst du samstags arbeiten, dann musst du sonntags arbeiten. Wie soll ich am Samstag arbeiten und Sonntag? In der Gemeinde. Ja, Pastor, der kann nicht kommen. Gottesdienst. Er ist, ja, vielleicht ab 17, 18 Uhr. Da kommt er von der Arbeit. Aber dafür bin ich nicht hergekommen. Das habe ich darüber gehabt. Und so war ich bereit, alles zu machen, nur damit ich Zeit habe für die Gemeinde. und wenn du so eine Einstellung hast, dann wird Gott dich segnen und wird dafür sorgen, dass du eine Wohnung hast, dass du alles kriegst mit der Zeit, nicht von heute auf morgen. Und so bin ich in den Kaufhof und habe gedacht, ja, jetzt fragst du mal da. Ich war immer einer, der hingegangen ist und habe die Personalbüro selber gefragt oder den Chef. Da bin ich rein in den Kaufhof und da waren zwei Frauen kurz vor zwölf war das. Ich glaube, es war halb zwölf. Und ich habe mich, ja, was wollen Sie? Das war schon, ja, was wollen Sie? Ich habe gesagt, ich suche einen Arbeitsplatz. Ja, als was dann? Und da habe ich gedacht, egal was, die Hauptsache, sie haben irgendeine Stelle frei, ich möchte arbeiten. Das gibt es doch nicht, was haben sie gelernt? Und dann ging es los. Schreiterei, Schreiterei. Da habe ich nochmal gefragt, als was haben sie denn? Wo haben sie denn einen Platz? Wir brauchen einen Möbelverkäufer. Habe ich gesagt, die Möbel verkaufen ich auch noch. Oh je. Eine Antwort habe ich immer gehabt. Preis Gott, habe ich heute immer noch. Oh je. Und da haben die gesagt, das müssen sie gelernt haben in Deutschland. Das ist so schwierig, wenn man von einem Land kommt, wo es auch funktioniert. Und die hier denken, in dem Land alles funktioniert. Oder es funktioniert nur, wenn man es so macht wie die. Du siehst ja das Chaos. Na ja. Und dann habe ich, ich halte es hier nicht aus und bin raus. Und da war ich dann unten an der Tür, wo man raus geht, zum Marktplatz. Oder Paradeplatz war das. Und da habe ich gebetet, habe ich gesagt, Herr, du weißt ja, dass ich arbeiten will, aber ich weiß nicht, wo ich was finde. Wenn du mir hilfst, ich war vorher schon beim Arbeitsamt, kann ich vergessen. Und da habe ich gesagt, Herr, wenn du mir ein bisschen hilfst, dann finde ich schnell was. da bin ich dann gerade gegenüber und das war dann kurz vor zwölf. Und da habe ich gedacht, gehe ich noch ins Herdi? Damals gab es noch ein Herdi hier in Mannheim. Und ja, da bin ich dann dort rein, habe gefragt, wo die Personalabteilung war, dritter Stock oder zweiter. Da bin ich dann hoch und habe gedacht, oje, was wird das werden? Da bin ich, da habe ich dann die Tür aufgemacht von der Personalabteilung und da ist der Tisch voll mit Leuten, die ihre Bewerbung, ihr Namen auf die Bewerbungen geschrieben haben. Und da wollte ich schon wieder gehen und der, Herr Barow hieß das, ich weiß es heute noch, der saß hinterm Schreibtisch, das war der Assistent vom Personalchef, der guckt mich an und sagt, was wollen Sie? Ich wollte es ja nicht gerade von der Tür schreien. Und im selben Moment spricht der Herr und sagt, Lagerist, als was wollen Sie hier arbeiten? Und dann habe ich gesagt, als Lagerist, weil der Herr mir das gesagt hat, im selben Moment fliegt der fast rückwärts vom Stuhl. Wer hat Ihnen das gesagt? Ja, Gott hat mir es gesagt, das habe ich ihm nicht gesagt. Ich habe selber gedacht, soll ich dem jetzt sagen oder nicht? Der fliegt da vielleicht noch ganz vom Stuhl. Ich habe gesagt, wenn wir Ausreden haben, hat er gesagt, ja, wir suchen einer. Und da wollte er wissen, was ich so gemacht habe. Vorher habe ich ihm alles erzählt. Ich habe gesagt, ich habe mit Lebensmitteln gearbeitet, kenne mich aus. Und da haben die einer gebraucht, da unten Lebensmittel. Und da wollte er noch mehr wissen. Da habe ich gesagt, hör zu, ich bin gerade von Amerika gekommen. Ich habe keine Ahnung, was die Leute hier verdienen. und ich suche nur Arbeit. Ja, und anscheinend hat der Herr auf der anderen Seite gewirkt, hat gesagt, komm um zwei Uhr wieder. Um zwei, es war zwölf, die wollten alle in die Mittagspause, die Faulenzer. Und da bin ich dann in die Gemeinde gelaufen, vom Paradeplatz bis an die Altgemeinde. Ja, so lange habe ich nicht gebraucht. Du brauchst nicht länger wie eine halbe Stunde. Ja, und da bin ich dann, das Erste, was ich gemacht habe, ich bin nicht essen gegangen. Ich bin gleich in die Gemeinde, an den Altaren, habe gebetet, habe gesagt, Herr, ich war im Hertie. Weiß ich schon. und der hat das gesagt, und jenes gesagt, und da waren so viele Leute, haben ihr Bewerbungen abgegeben und ich kam da rein und der hat gesagt, soll ich um zwei Uhr wiederkommen. Ich habe mich so geärgert. In Amerika ist es anders. Da sagst du, okay, guck mir das an, bleiben Sie hier, ja oder nein. Fertig. also wo ich war. Aber meistens haben die mich immer gleich geholt. Und da war es nicht der Fall. Und da habe ich dann gebetet, habe gesagt, Herr, jetzt hast du mir so weit geholfen, weil ich ja Lagerist zu dem gesagt habe. Textilverkäufer, hätte ich vielleicht gesagt, Textilverkäufer. Und es hätte auch funktioniert. Wenn Gott dir was sagt, dann funktioniert es. Preisgott und ja, für die die Geschichte kennen, die wissen, dass ich da gebetet habe und habe mich beschwert beim Herrn und habe gesagt, Herr, jetzt hast du mir so weit geholfen. Nach der Niederlage im Kaufe war ich froh für das hier. Jetzt lass mich nur nicht hängen. Und das war eine Ewigkeit. Bis zwei Uhr warten. Also Schluss. Letztendlich, ich habe den Job bekommen, habe auch gut Geld verdient dort und war acht Jahre, gell, acht Jahre, so ungefähr acht Jahre im Herdi. Und dann haben wir gesagt, die lösen die Lebensmittelabteilung auf und habe gedacht, oh, da suche ich mir noch eine andere Stelle vorher. Ich hätte noch sollen, zwei Jahre bleiben. Dann, die haben alle Abfindungen gekriegt. Ich hätte auch eine gekriegt. Na ja, was soll ich da noch trauern? Auf jeden Fall sind die alle jetzt in Rente, die ich dort gekannt habe. Preis Gott. Aber das ist wichtig, dass wir beten, Herr, dein Wille geschehen. Und dann kann Gott auch das Wunder wirken. Preis Gott. und uns dorthin setzen, wo er uns haben will. Es war keine leichte Arbeit, war nicht einfach, aber ich habe am Ende vom Monat Geld gehabt und konnte mir auch Lebensmittel kaufen. Gemeinde war ja keiner, es waren nur Räume da. Und ja, so haben wir alles angefangen. Er ist das Zentrum. Er muss das Zentrum unserer Träume sein, unserer Pläne, unserer Verlangen, ja, das muss er sagen, Preis Gott. Und ihm zu gefallen, was immer er will. Ich kann dir nur eins sagen, du verstehst vielleicht nicht, wieso, warum, weshalb. Aber geh einfach weiter mit Gott. Dann wirst du verstehen, dann wirst du gesegnet werden und am Schluss sagst du, Mensch, bin ich froh, dass ich den Wille Gottes getan habe. So viele gehen weg von Gott, weil sie das nicht kapieren, verstehen, dass Gott ihnen auf diese Art und Weise helfen kann. Amen. Und ja, geben dann auf. Ich will nicht aufgeben. Und so, wenn wir brennend sind für Jesus, dann lieben wir es, wir mögen es, mit ihm zu reden, Preis Gott im Gebet, in Anbetung, über das Wort Gottes nachdenken, in der Bibel nachdenken, kontrollieren, ob das auch alles so stimmt, wie der Pastor da predigt. Und das ist wichtig. Und wir sind lieber im Haus Gottes, als irgendwo anders. Das ist auf jeden Fall mal der Sinn. Und so sehen wir es als eine Ehre an ihm, unsere Opfergabe und unser Zehn dazu geben. Wir machen das nicht umsonst. Das ist für sein Werk. Und der Herr hat gesagt, wir sollen Schätze im Himmel sammeln. Und das sind Schätze, die wir im Himmel sammeln. Preis Gott. Nicht Bitcoin, sondern das hier. Preis Gott. Stück für Stück. Amen. Und wenn wir das Werk Gottes auf dieser Erde unterstützen, dann sieht der Herr das. Amen. Er sieht es. Er sieht unser Herz. Und ihm ist nichts verborgen. Preis Gott. Und wir lieben auch unsere Gemeinde. Wir lieben die Geschwister. Wenn wir brennend sind für Gott. Das meine ich. Dann lieben wir auch die Geschwister. Dann fördern wir, was immer notwendig ist für die Einheit in der Gemeinde. Preis Gott. Ich gehe nicht zu meinem Nachbar und schimpfe über die Gemeinde und sonntags komme ich in Predigt. Also das würde alles nicht passen. Preis Gott. Amen. Und so, wenn wir brennend für Jesus sind, werden wir auch die Frucht des Geistes, des Heiligen Geistes, hervorbringen. Preis Gott. Und tragen. Amen. Gott lieben. Einander lieben. Einander helfen. Einander unterstützen. Amen. Nicht schlecht denken von irgendjemand. Und gucken, dass die Leute, die außerhalb vom Reich Gottes sind, dass wir die irgendwie erreichen. Preis Gott. Wenn wir brennend sind, dann werden wir auch den Leitern, die Gott eingesetzt hat, gehorchen und ihnen folgen. Preis Gott. Wenn wir brennend für Jesus sind, werden wir ein Verlangen danach haben, noch mehr so zu sein, wie Jesus ist. Da ist keiner so wie er. Preis Gott. Stell dir mal vor, du wärst irgendwo und ein paar Leute fragen dich, du sagst was, da sagen die, Mensch, keiner redet so wie der. Wie würdest du dich fühlen? Ja, die Weisheit Gottes übertrifft alles. Die Weisheit Gottes übertrifft alles. Als ich den Heiligen Geist empfangen habe und ich bin, wir haben Traktate verteilt auf der Straße, also nicht auf der Straße, auf dem Bürgersteig. und viele Leute, vielen habe ich Zeugnis gegeben, die haben alle möglichen Argumente gehabt, aber der Heilige Geist hat mir geholfen, mit denen zu reden, weil ich wollte und der Heilige Geist wollte auch. Und da haben die gesagt, du bist ja ein Prediger, haben sie gesagt, ich bin kein Prediger, ich habe den Heiligen Geist empfangen. Ja, uh, Preis Gott. Amen. Das ist schwer, einem das beizubringen, was es heißt, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Erfüllt zu werden mit dem Heiligen Geist. Es ist, als kämpfst du von einer anderen Welt hier runter auf die Erde und die sagen, und wie ist es dort? Ja, und dann erklärst du es und die kapieren nur Bahnhof. Gar nichts, verstehe ich nichts. Preis Gott. und so und deshalb, ich will so sein wie Jesus, immer noch. Und ich schätze ihn. Der hat sich nicht verändert, die ganzen Jahre nicht, die ich mit ihm gehe. Amen. Er ist immer noch dasselbe. Herrlich, wunderbar, perfekt. Ich kann mich auf ihn verlassen, ich kann ihm vertrauen, ich brauche keine Angst zu haben. und weißt du, es wird nur problematisch für mich, wenn ich auf die Welt schaue. Und dann guckst du und es ist ein Problem und auf einmal es ist so viele Probleme, es ist gar nicht mehr der Herr. Da musst du sofort den Blick wegmachen auf Jesus. Deshalb gibt es das Lied, richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf, in sein Antlitz so schön. Dann werden die Dinge dieser Welt blass und klein. in dem Licht, wie geht das? Im Licht seiner Gnade gesehen. Ein schönes Lied, preis Gott. Aber das stimmt, das ist so. Amen. So, wir wollen so sein, wie Jesus ist und dazu auch, wir wollen seine Last, die er hat für die Welt, für die Verlorenen. Die Welt wird sich nicht verändern lassen, aber das sind Menschen, die wollen sich noch verändern lassen und da müssen wir beten, dass der Herr uns zu den Menschen führt. Wir haben so viele um uns herum, aber Herr, wer ist hungrig? Öffne du die Herzen. Öffne die Herzen und gib mir das Wort, das sie brauchen. Amen. Und treib du mich zu reden, dass ich mit denen reden kann, preis Gott. So beten wir für Seelen, die verloren sind und versuchen, sie für Christus zu gewinnen. das macht der heiße Christ, preis Gott. So will der Herr auch seine Gemeinde haben. Amen. Wir brauchen keine Angst zu haben vor dem, was wir glauben und wir brauchen keine Angst zu haben für das, was das Wort Gottes uns lehrt und wir brauchen keine Angst zu haben, was hier in der Welt ablauft. Preis Gott, wir gehören nicht mehr zu der Welt. Wir sind erkauft. Lass dir keine Angst machen. Mein Bruder hat mir was geschickt über Angst. Die haben, wer war denn das, das war der Göppels, glaube ich, irgendeiner von den Nazis da in Nürnberg, die haben ihn gefragt, wieso, wieso ihnen so, was habt ihr nur gemacht, damit so viele Leute zum Nationalsozialismus gekommen sind, dem beigetreten sind. Und da hat er gesagt, das Einzige, was wir gemacht haben, wir haben den Leuten Angst gemacht. Mit Angst kannst du die Leute manipulieren, da kannst du alles machen. Du musst nur wissen, wie. Mit Angst. Stell dir mal das vor. Ich bin ja froh, dass ich hier reinkommen kann ohne Angst. Und auch wieder nach Hause gehen kann ohne Angst. Preis Gott. Und das ist, was mit vielen Menschen ist, sie haben Angst. Amen. Aber der Herr hat auch den Teufel, den Geist der Angst am Kreuz besiegt. Hast du gehört? Den Geist der Angst hat er auch besiegt. Er hat uns keinen Geist der Angst gegeben. Gar nichts. Keine Angst. Wenn Jesus jetzt hier auf dieser Erde wäre und du würdest neben ihm gehen oder der würde neben dir gehen, sagen, wie viel Angst würdest du haben? Wenn er morgens mit dir geht, wie viel Angst hättest du den ganzen Tag bis abends? Gar nichts. Also ich nicht. Die Nachrichten laufen, die Leute reden dies und die Leute reden das. Ich hätte keine Angst. Herr, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Preis Gott. Wo ist die Beziehung zu Gott? Wir dürfen nicht einfach nur da reinkommen, Christ spielen. Amen. Das geht nicht. Wir müssen ernst. Wir müssen es ernst meinen. Wir müssen brennend werden. Wir müssen unser Kopf bei der Sache haben. Und da ist es viel einfacher, als wenn der Teufel unser Denken lenkt. So, und das Wort Eifer im Neuen Testament, Preis Gott, das ist ja griechisch geschrieben, hat seinen Ursprung in zwei griechischen Worten. Einmal das Wort Zeo, Z-E-O, das so viel heißt, wie heiß sein bedeutet. Zeo, heiß sein. Preis Gott. So wie das Kochen von Flüssigkeiten oder das Leuchten von Gas. Wenn du die Lampe anmachst, dann greif nicht rein. Das ist heiß. Und auch als eifrig wird es übersetzt und emsig kann es übersetzt werden und in dem Wort Zellos, welche Bedeutung von Hitze, Glut, Inbrunst und Eifer hat. So, Zeo und Zellung. Amen. So, wenn was heiß ist, dann sind wir schon vorsichtig. Gucken wir, ob der Ofen heiß ist. Wie denn? Finger drauf. Ah, heiß. Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth und lobt sie. 2. Korinther 9, Vers 2 Hat doch euer Eifer die Mehrzahl angesteckt. Da waren viele, die es um Glauben gefunden haben, weil sie eifrig waren. Ich erinnere mich, wo ich Zeugnis gegeben habe am Anfang, mein Pastor ist sogar zu mir gekommen, er hat gesagt, wieso kommen da so viele Leute und du hast sie alle eingelernt. und ich wusste selber nicht, was ich habe gesagt, ich sage denen, was du gepredigt hast. Da habe ich versucht, rauszureden. Es war ja eigentlich das, was der Herr an mir gemacht hat. Ich wollte davon reden. Ja, preis Gott. In 2. Korinther 9, Vers 2 Oh, in Hebräer 10, Vers 24 steht, lasst uns einer auf den anderen achten zur Anspornung in der Liebe und den guten Werken. So, willst du deine Umgebung anstecken, umkrempeln, dann werde brennend für Jesus. Wenn du brennst, wird es auch in deiner Umgebung brennen. doch, preis dem Herrn, das ist das Gute. Denn Feuer verbreitet sich schnell, speziell, wo es trocken ist. Und die sind trocken um uns herum. Und auch nasses Holz, wenn du lange genug brennst, dann qualmen die für eine Weile und irgendwann werden die brennen. Nasses Holz, Feuer, Feuer kann das alles umkrempeln. Das Wasser, das drin ist, verdampft, es qualmt, es qualmt, es stinkt vielleicht nach irgendwas, der Rauch, aber lass es weiter brennen. Und auf einmal siehst du, dass der Holzklotz doch brennt, preis dem Herrn. So, dein Nachbar, der Holzklotz, der kann brennen, wenn du brennend bist, preis Gott. Der Pastor Starks, der war damals in Stuttgart, der war Missionar, hat dort eine Gemeinde angefangen und er hat sie angefangen in seiner Wohnung. Und er berichtet von zwei jungen Männern, die in einer Wohnung oberhalb der Versammlungsräume der Gemeinde wohnten. So, der Versammlungsraum der Gemeinde war sein Wohnzimmer. Naja, okay, und er hat geschrieben, beide waren nicht brennend für den Herrn, als ich kam. sie waren an der Grenze, lauwarm zu werden. Ich habe weder zu ihnen gepredigt, noch habe ich so gebetet, dass sie mich gehört hätten. Kann man ja auch machen. Betest, dass dein Nachbar dich hört und er hört alles, was du über ihn sagst, zu Gott. so hat, damit sie mich nicht hören. Ich hatte mich selber angesteckt für den Herrn und innerhalb einiger Tage waren beide Männer leuchtend von dem Heiligen Geist. Es funktioniert. Er hat gebetet und gefastet und intensiv gebetet, ernsthaft gebetet und wenn wir ernsthaft beten, okay, jetzt haben wir genug. Weißt du, wenn du genug hast, dann bin ich auf einmal nicht mehr dasselbe, weißt du, so durchschnittlich, sondern da haust du auf die Pauke. Und so, die Bibel sagt uns, das Reich Gottes leidet Gewalt und die Gewalttätigen ziehen es an sich oder reißen es an sich und das ist, wenn du sagst, ich habe genug und du betest, Herr, du hast mir jetzt bis hierher geholfen, muss ich jetzt weiterhelfen und so weiß der Herr, wo er dran ist mit dir. Oh ja, wenn du willst, okay, wenn du nicht willst, okay. Weißt du, das ist schon lauwarm, aber das ist nichts Brennendes. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ernsthaft mit dem Herrn reden und sagen, Herr, das und das und das will ich, wenn es sein Wille ist natürlich. Und dann hilft der Herr, preis Gott, da muss ich nur warten, Augen aufmachen. Amen. Jeder schaut gerne ein Feuer an. Wenn das Haus vom Nachbar brennt, ich meine, ich schaue gerne in den Kamin, meine Eltern hatten einen Kamin und wir haben den immer angemacht, wenn es abends schon kalt geworden ist und das war so schön, da zu sitzen auf der Couch und in den Kamin reinzugucken, wie das Feuer brennt und knistert und alles, der Rauch, das war super. Amen. So, wenn die ganze Gemeinde jetzt Feuer fängt, wenn die Flammen um sich schlagen und wir finden in Apostelgeschichte Gemeinden, wo die Flammen um sich geschlagen haben, preis Gott, dann werden auch andere angesteckt werden. So, und deshalb ist es wichtig, dass wir brennend werden. Und so, der lauwarme Christ, er kann treu zu den Gottesdiensten, kommt, bin ja immer da, seine Opfergabe geben, aber die Dinge des Herrn sind weit weg von seinem Herzen. Und das darf nicht sein. Wir können nicht hier reinkommen, ja, Gott ist wunderbar, und wenn wir rausgehen, ja, sind wir draußen, jetzt mache ich meine Sache für eine Woche. Okay, das geht nicht. Das ist kein richtiges Feuer. Amen. Und das bringt auch keinen Eifer für Gott hervor. Amen. und so, es ist unsere Pflicht zu brennen, preis Gott. So, der lauwarme Christ, der ist so beschäftigt mit sich selber, der hat keine Zeit für geistliche Dinge. Und das sind Dinge, die der Teufel auch benutzt, um dich abzuhalten, ein Segen für die Gemeinde zu sein. Ein Segen wird man eigentlich nur, wenn man alles dem Herrn gegeben hat. Preis Gott. Du kommst mit dem Herrn, du gehst mit dem Herrn, du bleibst hier mit dem Herrn. Es dreht sich nur um ihn. Preis Gott. Und dann wird die Bürde auch nicht so schwer, wenn er bei dir ist. Der trägt sie mit dir. Amen. Und so, wenn Jesus das Zentrum in unserem Leben ist, dann werden sich Dinge verändern. Amen. Ein lauwarmer Christ ist oft fleischlich und geistlich unreif. Wie will der die Frucht des Geistes hervorbringen, wenn er nicht betet, wenn er fleischlich ist. Und wenn er fleischlich gesinnt ist, dann kann er Gott nicht gefallen. Und so, wenn du betest, Paul sagt, bete ohne Unterlass, das heißt nicht, dass du nicht mehr arbeiten sollst, sollst im Kloster sein und davor dich beten. Das ist nicht gemeint, sondern denk an den Herrn. Hab den Herrn in deinem Sinn. Du kannst für den beten, für die beten, für diejenigen, die der Herr dir aufs Herz legt, für deine Familie, für die Geschwister, für deine Kinder, für die Eltern. Und das will der Herr. Und da kommst du auf eine Ebene, wo der Geist dich mehr und mehr und mehr kontrolliert. Oder immer mehr kontrolliert. So kannst du sagen. Und dann redet er auch mit dir, wenn irgendetwas ist, wo du wissen musst, preis Gott, und das braucht dann Zeit, um das alles zu erkennen. Amen. sein. Und so der lauwarme Christ, weil er Jesus nicht an die erste Stelle in seinem Leben gesetzt hat, bietet er nicht und sucht auch nicht Gottes Angesicht, wie er es machen sollte. Und das ist schade. Er lebt und wandelt nicht im Geist, haben wir ja gelesen, er klopft der Herr draußen vor der Tür und so ist es möglich, dass er keine großen Sünde tut, kann auch sein, aber er wird immer mehr interessiert sein an den Dingen der Welt, immer mehr hingezogen zu den Dingen dieser Welt und hat die geistlichen Dinge nicht mehr in seinem Sinn, es interessiert ihn nicht mehr so wie am Anfang. Es kann sein, dass er sich dessen gar nicht bewusst ist. Habe eine Sekretärin gehabt in Kaiserslautern, die ist in Hosen rumgelaufen, als ich kam nach Deutschland, hat man mich eingesetzt dort als Gruppenleiter oder Pastorhelfer, was immer du nennen willst, das war eine Gruppe und der Missionaries alle Monat immer wieder so eine Woche für einen Tag gekommen, hat dort gepredigt und dann hat sie eine Rundreise gemacht, dann wieder dort gepredigt und dann mal wieder in Kaiserslautern, der war froh, dass ich gekommen bin. Und eine Frau, die war fast immer da, das war die, schon lang tot, die kennst schon nicht und die ist mit Motorrad durch die Gegend, mit Mofa, kein Motorrad gewesen, aber das war die Sekretärin, die Opfergabe genommen, alles, der Zehnte und hat sie nach Wiesbaden geschickt, dort zum Missionar, das war's. Und ich habe meine ganzen Ersparnisse aufgebraucht, ich war ja Neuling, kann ich sagen, ich wusste nicht besser, der hat mich eingesetzt, hier das alles zu übernehmen und Hilfe, ja, das war die Hilfe und da, was ich sagen wollte, ich war im Beten, ich habe viel gebetet, ich war verzweifelt, dass ich sowas in Deutschland vorgefunden habe, was ich vorgefunden habe, da gab es Leute innerhalb der Gemeinde, die haben nicht geglaubt, an einen einzigen Gott, für die, wenn du geredet hast, von der Taufe in Jesus Namen, war das alles schon viel zu viel, die wollten das nicht hören, ich kapiere es nicht, ich habe das einfach nicht kapiert und dann habe ich gebetet und während dem Gebet hat der Herr mir gesagt, diese Schwester redet gegen dich, meine Sekretärin, meine Sekretärin, die hat ja nichts gemacht, die hat nur das Geld gesammelt und hat der Herr gesagt, die redet gegen dich und habe ich zum Herrn gesagt, wie kann die gegen mich reden, wenn was ist, helfe ich ihr, habe gesagt und ich habe ihr nie einen Grund gegeben, gegen mich zu reden oder was angetan, hatten wir Gemeindetreffen in Wiesbaden, da habe ich sie mit dem Bus mitgeholt und habe alles bezahlt, habe keinen Penning gekriegt, Benzin von ihr oder irgendwas, so habe ich auch nicht verlangt, für mich war es, ich tue es für den Herrn und was immer ich für den Herrn getan habe, der Herr hat es gesehen und hat uns auch belohnt, preis Gott, also mich dafür und so bin ich dann ins Gebet und habe gesagt, Herr, ich habe dieser Frau noch nie was getan, wieso redet die gegen mich, ich kann es nicht glauben, verstehst du, was ich meine? Ah, wie schön, dass du da bist, gute Predigt, ja, und dann höre ich auf einmal, nicht von irgendjemand, sondern vom Herrn selber im Gebet und da habe ich gesagt, Herr, wie kann das sein? Und da hat der Herr gesagt, Treue zum Gottesdienst heißt noch lange nicht, dass man Christ ist. Uh, das sind so Worte, die ich noch nie eigentlich gehört habe vorher, weil für mich war es ja selbstverständlich, alles zusammen zu bringen, zum Gottesdienst, mich selber, Preisgott, alle meine Probleme, alle meine Not, alle meine Freude, alles, was ich für den Herrn habe, gehört ihm. Dass ich da noch andere Gedanken gehabt hätte, wegzugehen von der Gemeinde, ein eigenes Leben zu führen, anders, nur halt sonntags mal in die Gemeinde kommen, damit Mama froh ist, dass ich komme, und so hat der Herr mir gesagt, faithfulness without works means nothing. Treue ohne Werke bedeutet gar nichts und die Werke, das sind die, die wir hervorbringen, wenn wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist, dann leben wir kein doppeltes Leben, dann fallen wir auch nicht hinab ins Fleischliche vom Geistlichen, Verstehst du? So, und das ist die Gefahr. Der kalte Christ ist sich seiner Verfassung gar nicht bewusst, er fühlt sich überführt manchmal und weiß, dass Jesus sein Leben nicht ganz besitzt, er weiß, sollte Jesus jetzt kommen, wäre er nicht bereit. Der weiß es, aber er macht nichts dagegen. Beim lauwarmen Christ ist es anders, er denkt, alles ist in Ordnung, wenn er nur seine religiösen Aufgaben erfüllt, er schläft geistlich und erkennt seine wahre Situation nicht, deshalb sagt Jesus, ich wollte, du wärst heiß oder kalt. Weißt du, wenn einer, das ist ja so, wenn du Zeugnis gibst in der Welt, ich bin katholisch, da hast ich schon das lauwarme, die haben gar nichts, aber es ist wie lauwarm, sie erkennen ihre Not nicht, es ist umsonst, er denkt, er ist so, wie Gott ihn will, weil die Kirche es so will, oder besser gesagt, seine Kirche will ihn so. Die Bibel sagt uns in Offenbarung 3, 17, wir haben es gelesen, du sprichst, ich bin reich und hab genug und brauch nichts, du weißt nicht, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und das war seine geistliche Verfassung, preisgott und ja, wir wollen geistlich sein, wir wollen geistlich bleiben, wir wollen weiterhin beten und ich meine, wir beten ja nicht so viel vor dem Gottesdienst, was ist eine halbe Stunde, was ist dreiviertel Stunde, das ist eigentlich gar nichts, es ist schon was, aber das reicht nicht und wir machen da dienstags mal durch, nächsten Sonntag predige ich ja auch, dann mache ich mal Lektion weiter, Amen, preisgott, wie wir hier richtig feuerbrennend, was passiert, wenn wir brennend sind, auf jeden Fall ist das, was wir empfangen haben und uns angesteckt hat, hat uns dazu gebracht, mit anderen zu reden, du kannst bestimmt noch Leute abzählen, aber wenn ich dir ein Blatt Papier gebe und du schreibst auf und ich frage dich hier, schreib mal zehn Leute auf, mit denen du geredet hast, nachdem du erfüllt wurden, bist du im Heiligen Geist und wenn du mit niemandem geredet hast, hast du halt nicht den Heiligen Geist empfangen, ne, du hast den Heiligen Geist nicht empfangen, wenn du mit niemandem geredet hast, was du da empfangen hast, dann hast du keinen Heiligen Geist empfangen, das ist ein anderes Zeugnis als neben Zungenreden, weißt du, es geht hier nicht ums Zungenreden, natürlich, das ist der Nachweis, aber hey, du musst den Menschen sagen, wie du das Licht gefunden hast, Erlösung, Errettung, was der Herr getan hat für dich und auch für ihn, der dich hört und deshalb ist es wichtig, dass wir auch anderen davon, äh, anderen das Evangelium erzählen. Preis dem Herrn, lass uns mal aufstehen, Amen, ich weiß, die Zeit geht schnell rum, wir sind schon wieder eine Stunde näher am Kommen des Herrn, Amen, und wenn er uns hier findet, da glaube ich nicht, dass der Platz noch besetzt ist, Amen, wir gehen dann gemeinsam hoch, Amen, und keine Angst, die Decke hier, die wird dich nicht aufhalten können, und die Decke oben drüber auch nicht, hast du die erste geschafft, dann schaffst du auch die zweite, Preis Gott, Herr Jesus, wir wollen dir danken, für deinen Geist, deine Liebe, deine Gnade und deine Treue, Herr, danke, dass du in unserer Mitte wirkst, und die